Die Energiewende ist in die Kritik geraten. Vor allem die Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz, die die Strompreise hat, anwachsen lassen. Der liberalisierte Strommarkt und die staatliche Subvention passen auf Dauer nicht zusammen. Deshalb hat die Tüger einen Vorschlag gemacht, wie ein neues Marktmodell, quasi ein Strommarktdesign 2.0, aussehen kann. Gast im Studio ist der Tüger-Vorstandsvorsitzende Ewald Woste, der dieses Modell von Anfang an mit seinen Ideen befeuert hat. Guten Tag, Herr Woste. Schön, dass Sie kommen konnten. Hallo, Herr Kahlen. Danke für die Einladung. Herr Woste, wie ist das Tüger-Modell in Berlin angekommen? Wie fallen die Resonanzen aus? Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Sehr interessiert, viele Nachfragen. Aber was uns einfach noch nicht gelungen ist, ist die Komplexität und das Zusammenspiel der einzelnen Marktelemente, die wir definiert haben, in den Einzelheiten rüberzubringen. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Und das wird die Aufgabe der nächsten Monate sein, dass wir quasi die Komplexität rüberbringen. Eine Besonderheit des Tüger-Marktdesigns ist die Einbindung der Nachfrageseite. Warum ist Ihnen das so wichtig? Wir haben in dem Projektteam bei der Tüger uns ja auch andere Marktmodelle angesehen. Sowohl Marktmodelle, die momentan in Deutschland diskutiert werden, als auch Marktmodelle, die es schon in Europa gibt oder auch zum Beispiel in Amerika. Und wir haben eins festgestellt, dass man sich im Wesentlichen immer mit der Angebotsseite auseinandersetzt. Also zum Beispiel der Ausschreibung von gesicherter Kraftwerksleistung, der Ausschreibung von erneuerbaren Kapazitäten und so weiter. Aber niemand setzt sich mit der Nachfrageseite auseinander. Und unsere Kernthese lautet ja, wenn wir uns mit der Nachfrageseite auseinandersetzen, brauchen wir weniger Leistung. Wenn es uns gelingt, weniger Leistung zu benötigen, weniger Leistung zubauen zu müssen, haben wir weniger Kosten, können die Verbraucher entlasten und können damit die Energiewende auch auf der Kostenseite effizienter gestalten. Und das ist die These, mit der wir in die Diskussion gehen. Das Tüger-Modell beschreibt zwei Erlösquellen für die EEG-Betreiber. Auf der einen Seite die Vermarktungserlöse aus dem Joint Energy Market und auf der anderen Seite erhält er Investitionszuschüsse vom Staat. Warum ist das notwendig? Also unser Grundmodell ist zunächst, dass wir ja glauben, erkannt zu haben, dass ein Energy-Only-Markt, der rein über Kilowattstunden funktioniert, nicht die notwendigen Preissignale absendet, damit zum Beispiel Kapazitäten zugebaut werden. Das sehen wir ja momentan, wenn wir auf die Börse blicken, wo die Strompreise sich hin entwickeln, auch durch die Zuführung von Erneuerbaren. Das heißt, dieses Marktmodell zeigt Schwächen und zeigt eben nicht die Anreize, die wir heute benötigen, damit Kapazitäten zugebaut werden. Und deswegen haben wir in die Diskussion gebracht, dieser Markt muss vom Grundsatz erhalten bleiben und er muss ergänzt werden um einen Leistungsmarkt. Das heißt, derjenige, der Kapazitäten baut, speist sich quasi aus zwei Erlösquellen. Einmal aus dem klassischen Börsenmarkt, über den er ja weiter seine Kilowattstunden vermarktet, und über ein Leistungspreismodell. Und über diese beiden Elemente ist er in der Lage, auch langfristig zu kalkulieren, denn über den Leistungspreis kann er seine Kapitalkosten abdecken und ein zusätzliches Ergebnis einfahren über den Arbeitspreis, den er an der Börse vermarktet. Und beide Elemente zusammen, davon gehen wir aus, führen dazu, dass wir auch Anreize sehen würden für den Neubau von erneuerbaren und von konventionellen Kraftwerken. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wieso geht die Tüger eigentlich in Vorleistung und legt ein Marktdesign vor? Warum macht das nicht die Politik? Wir haben die Diskussion der letzten Monate intensiv verfolgt und wir sehen, dass es viele Einzelvorschläge gibt, Einzelelemente gibt. Auch momentan vor dem Hintergrund der Wahlen ein sehr hektisches Agieren. Jeder Akteur meint, er muss sich jetzt auch äußern zu diesen Fragestellungen. Und wir wollten nicht mit Einzelvorschlägen kommen, sondern uns diesen Gesamtmarkt ansehen. Übrigens nicht heute, sondern ab dem Jahr 2020, 2025 fortfolgende. Darum geht es uns. Und wir sagen, man muss jetzt kurzfristig Dinge beseitigen, Probleme beseitigen, zum Beispiel gesicherte Kapazitäten über eine strategische Reserve am Markt zu halten und so weiter. Aber wir müssen auch die Diskussion über ein langfristiges Modell führen. Und die Tüger-Gruppe ist nun mal ein wesentlicher Spieler im Markt. Wir werden politisch wahrgenommen und wir können uns nicht wegducken und uns nicht dieser Diskussion stellen. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass wir hier mit einem integrierten Vorschlag in den Markt in die Diskussion gehen müssen. Und die Rückmeldung zeigt ja auch, dass es sehr, sehr positiv aufgenommen wird, dass die Tüger sich hier als große Energieversorgungsgruppe in Deutschland zu diesem Thema meldet und auch inhaltlich der Diskussion standhalten kann. Herr Wuste, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke, Herr Kern. Schönen Tag noch. Dankeschön. Danke, Herr Kern. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Vielen Dank.